Was ist der Tonabbau im mittelrheinischen Becken? Der Tonabbau im mittelrheinischen Becken geht vor allen Dingen zurück in die Zeit Beginn des 19. Jahrhunderts, während in der Zeit davor allenfalls vereinzelt und nur in sehr geringen Mengen Ton abgebaut wurde. Wenn wir von Tonabbau im mittelrheinischen Becken sprechen, dann meinen wir vor allen Dingen die Abbaumaßnahmen, die im 19. Jahrhundert, anfangend im beginnenden 19. Jahrhundert, dann im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat es sich wesentlich noch gesteigert, vorgenommen worden sind. Und wo dann doch etwa in der Wende 19. und 20. Jahrhundert mehrere hundert Menschen auch direkt Beschäftigung in dem Tonabbau gefunden haben. Da gibt es vielfältige Auswirkungen des Tonabbaus auf die Siedlungsstruktur. Vor allen Dingen muss man festhalten, dass in der Zeit vor etwa 1800, also vor dem beginnenden 19. Jahrhundert, die Menschen oft sehr arm waren, weil sie in Anführungszeichen als Haupterwerbsquelle nur die Landwirtschaft hatten. Und dadurch, dass in den meisten Regionen des Rheinischen Schiefergebirges wie auch des Mittelrheinischen Beckens das sogenannte Realerbteilungsprinzip herrschte, das bedeutet, die einzelnen Kinder eines Erblassers bekamen gleich viel Land und das Land wurde dann etliche Male in den Generationen aufgeteilt, wurden die Besitzverhältnisse immer problematischer. Es stand den einzelnen immer weniger Land zur Verfügung und man suchte jetzt nach neuen Erwerbsquellen, damit auch für die meiste Zahl der Kinder eine Möglichkeit bestand, in dem betreffenden Ort, vor allen Dingen geht es ja hier um Mühlheim und um kärlich, wohnen bleiben zu können. Weil wenn keine Erwerbsmöglichkeiten gegeben sind, dann ist oft der einzige Ausweg die Auswanderung. Und indem durch den Abbau des Tons jetzt weitere Erwerbsmöglichkeiten zusätzlich zu den Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft geschaffen werden konnten, konnten auch viele junge Menschen in den Orten wohnen bleiben und dort, nachdem sie Familie gegründet hatten, ein Haus bauen. Und damit haben sich die Siedlungen auch ganz erheblich vergrößert. Wir haben als gegensätzliches Beispiel etwa die Regionen, wo solche Erwerbsmöglichkeiten nicht gegeben waren, etwa in den Hochlagen vor allen Dingen der Eifel und des Hunsrücks. Dort sind viele junge Menschen ausgewandert und die Siedlungen haben sich nicht vergrößert. Sie sind also bestenfalls konstant so groß geblieben, wie sie dann zu Beginn des vielleicht 18. Jahrhunderts oder 17. Jahrhunderts waren, während Mühlheim und Kärlich durch die zusätzlichen Erwerbsmöglichkeiten auch gewachsen sind, und zwar sehr stark gewachsen sind. Neben dem Abbau von Ton war auch der Abbau von Bims sehr wichtig für die Menschen hier im mittelrheinischen Becken. Es war so, dass man den Bims bzw. das Lockermaterial erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann abzubauen. Der Grund dafür ist folgender. Bims ist ja ein sehr lockeres Material. Es sind so kieselartige Gesteine. Um diesen Bims jetzt zu festen Steinen zu formen, bedurfte es einer Erfindung. Und zwar, wie kann man dieses Lockermaterial zu diesen festen Steinen bringen? Hier wurde dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Schaffung des Bims-Steins quasi erfunden durch einen Koblenzer Ingenieur. Er hatte nämlich herausgebracht, wenn man das Lockermaterial Bims mit Wasser und einem Bindemittel, und das ist das Entscheidende, Zement zusammen vermischt und dann diese Masse in quaderartige Holz vorgeformte Formen presst, dann zum Trocknen aufstellt, dann entsteht nach ungefähr zwei Wochen der feste Bims-Stein, der ja bei uns auch in der heutigen Zeit noch mit das beliebteste Baumaterial ist. Diese Entdeckung, wie gesagt, stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist insofern fast zeitgleich mit dem Abbau der großen Tonvorkommen zu setzen. Jetzt ist aber durch, man kann schon fast sagen, einen glücklichen Umstand der Abbau des Bimses zur weiteren Verarbeitung und der Abbau des Tones nicht irgendwie zeitlich in sich überschneidende Monate gefallen, dass man sagen müsste, die Arbeitskräfte wurden alle im Sommer benötigt oder alle im Winter benötigt, sondern die Arbeiten im Bereich der Bims-Baustoffindustrie konnten primär nur in den Sommermonaten durchgeführt werden, weil ja die Steine trocknen müssen. In den Wintermonaten können die Steine nicht trocknen. Etwas anderes gilt für die heutige Zeit, wo wir Heizkammern haben. Und insofern sind viele Menschen dann aus den Orten in den Sommermonaten im Abbau des Bimses tätig gewesen bzw. in der Steinherstellung und sind dann in den Wintermonaten in die Tongruben gegangen und hatten damit sowohl in den Sommer- als auch in den Wintermonaten Beschäftigung. Und das war ganz besonders für die Bevölkerung von Mühlheim-Kerlich ein Glücksfall gewesen, dass da eben beide Rohstoffe vorhanden sind. Wenn man in das Jahr 2050 geht und zurückschaut, etwa dann auf das heutige Jahr, dann wird man sagen, die Menschen zur damaligen Zeit, also im Jahr 2006, können froh sein darüber, dass zur damaligen Zeit noch Rohstoffe vorhanden waren, weil ja Ton auch ein endlicher Rohstoff ist und dass zur damaligen Zeit dadurch in der Region Mühlheim-Kerlich viele Arbeitsplätze gesichert werden konnten. L起 estas diligence und das hat nicht auch ein Interesse gegeben. Das ist eigentlich auch ein Verstreitungszus freakin, weil die drei werden heute fluctuations machen können. Auch das ist besonders in der Nähe Trocken, weil ich die drei Abbeziehungen in die Phrase corrections Aber die Bedeutung habe nochfrom- und wieum stacked etwas ist, bis jetzt das Phrase nicht auf dem Fall schon kn Esslands schon was kommt schon zu machen oder wenn das Schuss Dir nichts zu machen. Also das ist ein Verstreitungszentrum's. Vielen Dank.